Auch heute haben wir wieder für euch eine Schwungübung, mit der ihr lernt, höher zu kicken. Hebt euch die beiden Hände an der Wand oder an der Mauer fest, stellt euch den Bauch gerade dorthin, schwingt das Bein von hier jetzt nach hinten hoch. Wenn das Bein leicht abklappt, ist es gar kein Problem. Viel Spaß!